Willkommen zur letzten Folge in dieser Session, wieder mit einem Strategie-Part. Wir werden diesmal die Westfold angreifen oder verteidigen, damit wir 10% mehr Rohstoffe bekommen. Die Westfold ist für die Menschen von großer strategischer Bedeutung. Sie darf unter keinen Umständen fallen. Der Krieg ist nah. Jeder fähige Mann sollte zur Verteidigung Rohans bereitstehen. So, was sind die Bonus-Healer? Sechs Gehöfter. Und Ende Laufstieg. Ihr alle setzt euer Leben aufs Spiel, wenn ihr mit mir reitet. Doch eines Tages wird Rohan es euch dank. Vielen Dank für die Blumen. Wir haben ein neues Gehöft. Unser Land versinkt im Schatt. Wir tun was in unserer Macht. Fahrt euch um mich, meine Freunde. Unser Land versinkt im Schatt. Folgt mir! Folgt mir! Los! Ich überlege gerade, ob hier nicht eigentlich was war. Das finde ich sogar in den Reiter, ne. Einfach mal durchgebrischt. Drei, vier. Wir haben ein neues Gehöft. 350 kostet das leider. Menschen der Rittermarkt. Los! Benutzt alles als Waffe. Wir haben ein neues Gehöft. Ich will mal noch eins bauen. Und dann kommt der Stall 600. Dann habe ich mich auch die sechs Gehöfte für das Bonus-Ziel drin. Wir haben ein neues Gehöft. Wir haben ein neues Gehöft. 600. Kann ja hoffentlich jetzt nicht so lange dauern. Dauern halt. 400. 500. Und... 600. 500. Und... So, 700 kosten die Bogenschützen. Wo sind die Feinde? Ach, da unten. So, ich hätte schwören können, dass ich dir irgendwas gesehen habe, da sag ich doch. Beeilen wir uns. Los. Folgt mir. Wir reiten. Wir reiten. Folgt mir. Wenigstens, was Plattier macht. Wir müssen unser Land verteidigen. Wir reiten. Wir reiten. Wir reiten. Beeilen wir uns. Wir werden angegriffen. Beeilen wir uns. Ja, beeilen wir uns. Vorwärts. Wir sind hier, um unser Land zu schützen. Tot allen Feinden. So, jetzt können wir auch die Türme bauen. Rohan darf nicht untergehen. Wir reiten. Folgt mir. Wir reiten. Ein Level Up. Sehr schön. Da. Okay. Verteidig dieses Land. Wir sind hier, um unser Land zu schützen. Hä, wieso kann ich nicht schon... Achso, wir haben keine Kohle mehr. Für Herr und Land. Level 3. Sehr gut. Okay. Okay. Für Herr und Land. Rohieren. Reihe neu bilden. Folgt mir. Los. Wir reiten. Wir reiten. Beeilen wir uns. Wir reiten. Verteidig dieses Land. Hey, unsere Feinde. Sie sind hier. Vorwärts. Beeilen wir uns. Schlag hast du. So, bald fertig. Kann ich die auch zusammenführen, eigentlich? Holt eure Wasser. Irgendwie nicht. Schade. Schade. Männer Rohant. Reiter Damar. Die Schilde für die Reiter sind fertig. Hoheeren. Ach, denen kann ich kein Schild geben. Okay. Reiter Damar. Oha, Schlag, Land. Holt eure Waffen. Vier mal sechs. Dach zwei, vier. Oh, hierhin. Verteidigt dieses Land. Wenn die das abgeht schon haben, dann brauchen wir es in der nächsten Mission, glaube ich, nicht mehr machen. Hoffentlich doch mal. Holt eure Waffen. Holt eure Waffen. Haltet auf. Angriff. Beeilen wir uns. Ach, der bringt Rohstoffe durch seine Fähigkeit. Interessant. Verteidigt dieses Land. Trägen wir. Was sollen wir tun? Verteidigt dieses Land. Unsere Feinde haben das anzerstellt, ihr Lager. Unsere Truppen werden angegriffen. Wir reiten. Wir reiten. Folgt mir. Verteidigt dieses Land. Jagt sie aus diesem Land. Haltet die Augen offen. Haltet die Augen offen. Holt eure Waffen. Bleibt wachsam. Holt eure Waffen. Haltet die Augen offen. Männer Rohatz. Nichts. Straft alle Feinde Rohatz. Schreiten sie zurück. Nehmt ihre Flanke. Reiter da mal. So, jetzt dürfte ich doch fast... ...alle geupgradet haben. Haltet sie alle nieder. Durchbohrt sie mit euren Speeren. Nieder mit euren Speeren. Nieder mit euren Speeren. Oh, hier nimmt. Rufbohrt sie mit euren Reis. Zurück. Zurück! Alle Feinde Rohatz. Dieser Sieg wird unvergessen bleiben. Danke. So, wir haben noch die Leve-Leve-Leve-Leve. So, wir haben noch die Leve-Leve-Leve. Isengard begehrt den einen Ring. Die dunklen Horden Orthancs sind ausgezogen, die Gemeinschaft zu vernichten und die Sildurs Fluch zurückzubringen. Und hier auch wieder ein kleines Video, um die Karte dem Film einordnen zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wenn es mein Leben kostet, gefährdet die Schützen, Frodo. Lasst sie nicht entkommen. Das ist ein Hinterhalt! Die Hocai wollen zu Frodo. Vernichtet diese Mahnen. Ich fürchte den Tod nicht. Zurück, ihr Teufel. Zurück. Zeigt keine Warmen, denn auch ihr werdet keines erfahren. Verschwindet, ihr stinke Schlafen. Bleibt wachsam, das war nicht der letzte von ihnen. Nichts und niemand kann uns trotzen. Schießt eure Waffen. Haltet sie in Schacht. Vernichtet diese Mahnen. Hilfe, sie sind überall. Zurück in die Dunkelheit. Es sind zu viele. Wir müssen Frodo schützen. Zurück. Alter, da kann sie nicht mal... Gut, ich würde schon sagen, mit meinen Caféengeräuschen kann er nicht. Zurück in den Schatten. Geht jetzt! Ich muss nicht sehen, wie das Böse ihn zerstört. Elf. Zwölf. Dreizehn. Zwanzig. Für Baris! Jetzt habe ich nicht erzählt. Wir müssen zusammenbleiben. Hierher! Oh, der ist ja noch nicht tot. Zurück! Witzig. Zurück! Vernichtet dieses Übel! Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Trag die Kampf nach vorne, sonst schneiden sie uns ab! Ich hätte mich fast verzehnt, hält sie! Niemand kann dich mehr retten. So, wir werden! Sie sind hinter dem Frodo hin. Nein, zurück! Sehr nice. Zeig diese Bestien in den Abgrund. Wo kam sie denn her? Zurück, ihr stinkenden Obst! Stirb, Diener des Schaffens! Hierher! Ich zieh mich mal hier hin zurück, weil ich hier auch einen kleinen Bug entdeckt habe, den wir euch ausnutzen können. Diese Wälder sind gefährlich. Wir dürfen nicht zögern! Wo sind Boromir und die Hobbits? Ich dachte, sie würden am Boot warten. Wir dürfen nicht zögern! Vargas! Wir werden angegriffen! Hä? Was war das? Wie können wir sie ausnutzen? Wie können wir sie ausnutzen? Wie können wir sie ausnutzen? Wir müssen weiter! Okay, so viel zum Thema Ausnutzen des Bugs. Eigentlich sollten die von hier kommen. Okay, und sie stecken wieder fest. So ein bisschen. Aber auch nicht so wie letztes Mal. Na gut, egal. Die Hobbits werden angegriffen! Ha! Wir müssen kämpfen! Es wird Zeit zu verschwinden! Da sind sie! Fangt sie! Lauft, Hobbits! Lauft! Wir müssen was unternehmen! Hierher! Boromir braucht unsere Hilfe! Die Ortschalen eingekreist! Wir müssen weiter! Wir dürfen nicht zögern! Wir haben nicht viel Zeit! Zurück zu deinen Meister! Vernichtet sie! Alter, wirf! Ich kann es noch nicht wieder einsetzen. Arason, hinter dir! Sie kommen über uns! Wir haben nicht viel Zeit! Das sind die Halblinge! Sie verfolgen weiter! Uruk-hai! Schnell! Weiter! Weiter! Ich trete den Halbzorn! Oh, Tama-Armbrüste! Auf den Hügel da oben! Schnell, 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 schnell! Ein Arbeitsschäden, den ich freu' euch! Ihr Mann! Vorrat! Ihr Magen! Verschont niemanden! Sie sind in der Überzahl! Der weiße Träume! Wir haben schon hier alle Wesen! Und was tut mir, dieser Werker-Träger! Um dafür lohnt es sich zu kämpfen! Da! Denkt nicht, ich möchte nur! Williges, das ist doch nur! Nimm das, du Stinker! Kämpft weiter! Für dich ist in dieser Welt kein Schatz! Aragorn, pass auf! Das dunkle Feuer wird dir nichts nützen! Kann ich den noch umbringen? Sehr schön! Wir müssen das Böse vernichten! Findet euren Mut! So, was ist mit dir nun? Zeig mir! Männer Gondors! Beschützt die Halblinge! Lauf! Ich bin hier! Lauf! Wir müssen weiter! Für Düsterwald! Sehr schön! Zurück! Vereilung! Seid bereit! Wir müssen weiter! Wir haben nicht viel Zeit! Du bist unser aller Schicksal, kleiner Mann! Wir haben nicht viel Zeit! War hier noch was? Habe ich letztes Mal gar nicht akkündigt, ne? Wir haben nicht viel Zeit! Da oben! Hier entlang! Wir müssen weiter! Eine Armee Orks versperrt den Weg! Hier entlang! Denn wir sie vernichten, Hackfudo eine Chance! Sie sind hier! Wir brauchen! Aragorn, pass auf! Nein, wir werden nicht mehr! Nein, du bist wieder gegenwacht! Vorsicht von den Arm rüsten! 35, 36, 37! Ha! Du wirst mich nicht übertreppen! Zurück! Er eine Kreatur! Ich sehe! Er flucht der Urrufein! Wir müssen kämpfen! Bringt die Zufall! Wir müssen bereit! Kriegen wir doch Platz hier! Wir füllen mit dem Treuen! Kein Zeug! Er gewirkt nichts! Für dich ist Elisabeth kein Platz! Schön, dass sie sich selber verhauen! Das mag ich! Ich spüre, dass etwas Bös ist. Ich werde sie in Schacht halten! Wir sind fast da, Herr Frodo! Wir sind fast da! Wir hören zu, dass wir das Ding loswerden, Herr Frodo! Wir haben das Boot gerettet! Die Hoffnung bleibt! Denn sie stirbt zuletzt! Nein! Halt! Nein! Ja! Während die Gemeinschaft nach den Halblingen sucht, drohen die Flammen des Krieges Rohan zu verzehren. Untertitelung des ZDF, 2020